jo mein herzlich willkommen schön groß aus kingston wir sind angekommen und wir wollen uns heute mal ein bisschen genauer umgucken ihr seht wie viel zu tun ist und das ganze dick erstmal an hier wobei tatsächlich an die hauptnissen gehen wie immer das so ist hier könnte man die taverne freischalten glaube ich das ist ehrlich offizier als klar ja gehen wir mal erstmal hierhin und ein bisschen was muss der aussichtspunkt zu holen wir brauchen jetzt ja nicht unbedingt ja also sehe ich glaube ich wissen wir haben da jetzt gerade der oberen kürzelt okay weil wir können ja hier ein bisschen laufen wir müssen ja nicht nenne alles gut wir lassen es jetzt erst mal so weit kann ich da hoch ohne probleme muss ich denn wie komme ich denn da ran das haus oder was ist das jetzt ein bisschen komplizierter so genau immer mal da hoch das war du darfst aber auch mal hoch mein freund so warum da liegt unser schiff und wir nehmen diesen punkt mal mit und gucken uns mal ein bisschen in der stadt überhaupt wissen was haben wir hier überhaupt zu tun gut da ist der wagen so war ein synchro punkt schon mal safe dass wir weil wir ja damit wir überhaupt die möglichkeit haben hierher zu kehren natürlich müssen wir jetzt mal die stadt aufdecken was haben wir hier ist das ein hafen diesen schnell reisepunkt okay so gucken wir mal weiter dann haben wir hier vorne noch einem oder hin ist irgendwo ein affe oder was ist es so wahrscheinlich nicht auf oder 80 meter also wie gesagt wir nehmen uns mal heute lieb und die synchronisations punkte vor das ist noch mal jetzt gerade so ein bisschen unsere feine in uhr lassen wir müssen ja nicht unbedingt mit jedem jahr anlegen ja wir sind in britischen gefilten hier gerade hier wäre eine aufgabe als das team aufgaben als das team links so dann gucken wir mal hier um da hoch ich sehe nämlich nicht gerade durch die das dunkel ist tatsächlich ja hier wahrscheinlich oder oder auch nicht da kann ich nicht hoch das muss doch noch mal möglich sein oder was das war keine absicht ich sehe nischt ne es ist dunkel ich sehe nix hier das war eigentlich keine absicht ich will auf den kirchturm eigentlich ja da kann ich hoch das haben wir das dann synchronisieren mal wir das ganze so sehr sehr gut unter unseren unter unserem links ist mal wieder so so wo haben wir denn noch einen da oben noch zwei ich mache jetzt erst mal straight hier diese rechte seite zu würde ich die erstmal alle habe also das das und dann geht es weiter so fein ist jetzt gerade eher uninteressant könnte man natürlich rein tierülios sagen so gut dann machen wir uns mal darüber auf klar jeder darf sich natürlich hier frei bewegen das machen wir auch ist noch ein shanty aber das ist jetzt nicht unser thema ja wir haben noch zwei punkte dabei wo ich wo wir glaube ich mehr gebiete haben ist es da okay ich bin ich nicht da hoch jetzt habe ich nicht ihr gedankeleitet aber okay das ist ja auch so moment 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 ich muss da kurz noch hoch so eigentlich wollte ich da jetzt auf genau und dann einmal kurz synchronisieren so haben wir es nächste aufgabe ähm nächster punkt ist ist es ist da okay das ist ja klar weil ich will kinks da komplett aufdecken um einfach nur zu wissen was haben wir hier noch zu tun so fertig wie ähnlich wie havana damals erst mal die punkte aufdecken kannst auch das schilder gehen aber das wäre zu einfach da haben wir da hoch okay dann machen wir das doch mal ihr braucht nicht da irgendwie auf moment da muss ich hier bin ich das schlager für die träger auf dann werde ich jetzt aber ich will jetzt erstmal das hier wollte ich machen Jawoll, das wollte ich haben. Geht auch da hoch. Schaut du das nicht? Ich dachte, das kann ziemlich überall hochklettern. Scheinbar nicht. So, auch die Aufgabe ist erledigt. Sehr, sehr. So. Gut, dann kann man das auch. Das kann ich natürlich auch hier Dings machen. Den Schlüsselträger, theoretisch, ja. Also noch zwei. Aber es ist ehrlich gesagt auch nicht unser großes Ziel. Gut. Gut, in dem Lagerhaus. Was haben wir denn überhaupt? Haben wir da was drin? So, gucken wir mal. Hier noch einen Punkt und da oben auch noch einen Punkt. Gut, dann haben wir die Seite zumindest mal zu. So, die letzten drei war das wahrscheinlich etwas länger dauern. Sehen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und dann machen wir die auch noch zu. Und dann werden wir den Rest hier quasi mehr oder weniger versuchen mal anzugehen. Zumindest, oder zumindest die Aufgaben jetzt machen wir. Und dann können wir, nee, wir machen die drei Synchro-Punkte. Dann haben wir mal die Aufgabe hier, die Hauptmission. Und dann gucken wir mal vielleicht, ob wir noch Bock haben, um uns noch ein bisschen hier mal frei zu bewegen. Bis dann. Tschüss.